Oh. Er hat ja nur dich gesehen, Till. Er hat gar nicht damit gerechnet, dass ich da noch ruck. Ja. Ich mach mal die Funsel an, ich muss nur mich... Jo, ich seh dich. Ah. Das beruhigt mich, dass du... LOL! Riesenlicht, was war das? Taschenlampe. Aber das war... hat eben alles ausgefüllt. Oder? Jetzt hab ich einen von euch angeleuchtet. Beide von uns. Ich weiß ja nicht, wie beide auseinander sind. Ganz schön beide. Wahrscheinlich liegen wir genau in der gleichen Tanne. Ja. Hey, wo bist du? In der Tanne. Nein! You don't say. Rechts neben dem Bus ungefähr, aber weit weg. Ja, ich hab schon mal mit dem. Er... Du bist ja in Zelten, ne? Mhm. Okay. Ich bin grad dann zu nem Baumstamm und lauf zum nächsten Baumstamm. Alles klar. Ah, da nehm ich doch lieber ein Gehli. Okay, Serum QE. Äh, QE. Okay, ja. Lass schauen. Oh, fuck. Entschuldigung, Entschuldigung, Entwarnung, Entwarnung. Alter, Morgo. Entschuldigung. Gehindert. Du sagst in Absicht. Alter, der hat kompletten Schaden, ey. Der hat wirklich einen Herzinfarkt, ey. Ich hab mal noch ne DMR in den Dings hier gepackt, in den fetten Van. Nein. Was ist LaPour Magnum? Das ist für so ne komisches Nein. 1115 A1. Das... Ich glaub, wir müssen dann last abhauen. Aber so schnell wie möglich. Ja. Welche Autos haben wir uns? UHZ und LASTER? Ganz klar. Van? Den Truck meinst du? Nein. Okay, und ich fahre mit Motorrad drin. Mit der Scheiße? Sonst zum Lager. Ja. Die wissen wohl kaum wo das ist. Achso, ja. Erstmal zum Lager und dann mal schauen. Dann schnapp dir den UHZ, äh, Left schnapp dir den UHZ. Der Storf, da bräuchte ich ja ne halbe Stunde. Achso, den, den UHZ hast du. Nicht den GRZ, das machen wir mit dem. Ey, der ist leer. Sind alle leer. Ähm. Ja, wir brauchen erstmal Sprit. Wir müssen jetzt... Oh. Falscher Knopf. Also wir hatten im, äh, Truck hatten wir, äh, Cherrycans. Ja, zwei Cherrycans in einem Truck noch. Ich tank mal. Ich hab auch noch hier fünf Stück drin. Okay. Wir können auf dem Hinweg auch, äh, Dingsen. Und... Ja, oder wir lassen das Motorrad hier. Aber nee, oder? Dann würde ich dir ein Pickup nehmen. Na kommt schon! Also was soll ich nehmen? Motorrad oder Pickup? Pickup? Echt jetzt? Motorrad hier lassen. Das wollen wir später. Die wissen ja nicht mal, dass es da ist. Die haben ja keine Map oder so. Wahrscheinlich nicht. Na gut. Das ist klar, bereit. Nein, warte, ich muss noch mit uns setzen. Amen! Den anderen Fahrzeug... Okay. Kann das Ding räumen und fahren hier? Nein. Oh, jetzt gibt's voll die Action hier. Okay, kommst du? Mal geht die irgendwie Fliege machen. Okay, warte mal kurz hier rum, dann können wir zusammenfahren. Das sieht cool aus. Was hast du? Warte einfach nur kurz. Er wird mir Bilder machen. Ja. Für Angeber Facebook. Wie jetzt? Wie lange? Alter, ihr seid viel schneller als ich. Vergift ja los. Wie fahrt ihr? Hm, 40. Da seh ich, ich fahr 33. Okay, ne, ich fahr 33. Oh, Alter! Oh, wir sind so die Gang, ey! Ich bin gleich wieder da. Ja. Soll, er ist ein bisschen wieder krank. Ist nicht ganz? Ne, noch nicht. Steig nochmal aus. Die Fensterscheibe ist auch kaputt. Mach mal die Engines off. Dann macht er doch automatisch. Plop wieder auf. Los. Plopp. Dann müssen wir das nachher reparieren. Das klingt aber nicht mehr grad aus. Dann reparierst du. Ja, womit? Teile sind drin. Ja. Was fehlt denn? Welches weiß ich auch nicht. Scheint es vordere rechte zu sein. Hm. Ja, wahrscheinlich, weil da der Baum ist. Vorsicht. Ach, da rückt einer drin. Alter, ich hab grad gedacht, what the fuck. Ist es normal, dass da vorne ein Zelt steht? Ja. Ja. So, ich reparier mal das Rad, ne? Vor der Richtung. Äh, right... Ah. Right front. Greifen wir es dann nochmal an das Lager? Ja, das möchte ich. Heute, oder? Mal sehen. Wahrscheinlich. Und? Ist grün? Hm. 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 Dann mach ich doch das vordere linke. Das ist ja auch so komisch im Boden. Hm. Ohne Witz, wir sind nur 5 Meter von deren Lager weg. Ja, das ist echt ein bisschen falsch. Also, sie rumfahren wir sind ordentlich. Jetzt komm schon. Eben hatte ich's doch. Hier, left front. Ich würd mal sagen, die verfolgen uns. Wird auf jeden Fall jeder normalen machen. Ja, jetzt ist es repariert. Okay. Alles klar, wir fahren jetzt. Und dann fahren wir sie aber nicht zu dem Lager, sondern fahren sie dann woanders hin. Sofort. Lol. Es gibt einfach nur Gas, schulden wir nach vorne. Boah. Alter, Jungs. Alles klar, die drei sind noch da. Weiß niemand. Ich denke, die werden dann auch zu unserem Lager kommen. Ja, eben. Ich meine, die sehen jetzt, oh, Autos weg, schnappen sich eine Karte und fahren zu uns. Und wir? Ja. 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 Wir warten bis sie kommen. Ich muss natürlich E-Walt off. Und dann. Wie ist es? Gerade angeeckt. Museum 11 off. Jetzt geht er ab. Ja. 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 Ja, ich bin kaum schneller. Na stimmt, Max, du zieht mir so langsam davon. Wie viel fährst du, Max? 47, 46 43, 44 44, ich auch 9 9 46 Das hat ja keine Lust mehr Alter, wenn uns jemand angreift jetzt in der Nacht, dann wissen wir auch, dass die Hacker sind Das ist eine geile Aktion Ja Wir konnten irgendwie gar nichts machen Das war die Wachter Ja, das war richtig okay, wo ich da war Ich wusste gar nicht, wie der mich gesehen hat Das finde ich schon ein bisschen verdächtig Ja, das fährst du für Wege, Wege Ich hab halt ein kleines gewendiges Gezellenautoschip Ich hab voll den Bus Ich hab dich verloren Alter ne, ich hopp da so Rechne halt voll damit, dass einer aus dem Bike kommt Eventuell noch von hinten Kommt einer über den Lügel in den Bus Nicht an Alles klar Das hat wahrscheinlich sein Kollegen gesehen, dass er da ist Ja Er hat aber, ich hab ja nicht geschossen Ich hab erst geschossen, als er mich angeguckt hat Ja, nicht du Ja, schon, klar Wo bist du eigentlich? Da vorne rechts Da vorne rechts Jetzt pass auf Anruf, oder was? 37 Weiß ich So auf der Strasse, ich ziehe dann schon jetzt Was? Ey, warum war ich eigentlich schlimm so So wie ich war? Ja, dein Ziel dann war ich draußen Können wir mal ganz kurz anhalten Anhalten? Ganz kurz Genau, zwei Genau, zwei Okay, danke, weiter Ja Aber alle Hupen über die Welt, weiß der Ist hier eine Hochzeit, oder was? Jetzt haben wir Hochzeit Mein Sprit ist Red Alles klar, nächster Tank Nächster Sprittomat Ja Vorne Scheune Ja, da halten wir an Obwohl, ist das die Scheune Ja, ne Das ist Zylenno Ah, okay Die kommt noch Wir fahren Er hat auch nicht noch einen Tank, oder? Oh ne Das ist eine Wand Doch der ist einer, aber den gehen wir nicht an Und da gibt's auch einen besseren Weg Ooooooh 50 kmh Mal die Strasse folgen? Ne Nur weil du da abgehst Schlagartig beschleunigt, so 50 kmh und dann wieder runter Zaun Gib ich shit Ich nicht Damit der eine einzige Wirklich kaputt machen kann Ich nicht Nö Hello Summi? Ne, doch nicht Gut Das kann nicht sein Ich hab immer Grafikwachs Da hab ich so schwarze Flecken Und schwarze Flecken sind auch oft Summys Ja, aber Das heißt nicht, dass sie gespawnt sind Weil ich das ist so Also normalerweise wird da einer stehen, glaub ich Aber das heißt Nicht, wenn du nicht gespawnt Sind das nicht diese schwarzen Flecken, sind das nicht einfach Büsche, die noch nicht geladen sind? Das ist bei mir, eben Ja, das geht auch bei Zombies Ja, ich weiß es aber nicht Kimmt auch Anna kenne ich immer sehr leicht auch Spieler Ey, wollen wir gerade alle 81 Geräte ausmachen und Lichter anschließen? Da gerade einer geschossen? Nein, du bist schein, Stein Junge Ah, fuck Neubau Ich guckst du die ganze Zeit zu dir Ah, das hat zu Glück gekürzt Wollen wir alle Licht anmachen? Warum? Weil es gerne aussieht Ja, das können wir mal anders machen Ich will es hier weg Ja, ich will hier aber auch weg Da tanken Wo, geradeaus? Ja, bei der Scheune Ah, da, ja Die letzte, die wir können Hier links, oder wie? Der Tank Ja Ja Toll Der fällt einfach gerade Der Wand Sound Wenn mich einer von mich überfährt, ich schwöre, ich steig aus und töte euch Ja, Leute, ich hab doch viel Glück nicht mehr Obwohl ich schon ausgestiegen bin Man kann, glaube ich, nur noch einfach tanken Zombie Zombie Agro Obwohl ich Ty, machst du den? Nö Er blickt nix von, oder? Sagen wir uns nichts, oder? Nein, nein, die machen nix Der ist schlieb Da schießt jemand Ich glaub, das ist Schiudas Warum hast du eigentlich da hinten geparkte Twerke? Er hat es lauern Wir könnten sie auch eigentlich auch hier schon auflauern Meinst du? Ja, damit rechnen die nicht Das ist die letzte Tanke Ich nehme mir schon an, dass die hier hingehen Die Daufen weg Da sollen die Autos nur irgendwie verstecken Ja, das ist ja nicht so schwer Und Michel, wo haben wir denn? Ja, aber dann könnt ihr ja Ne, 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 wir sollten sich schon verstecken Weil wenn ich dann auf muss, dann stehen die hier Steht wenigstens eins hier rum Das ist dann auf Also meine Eltern sind schon im Bett Eigentlich könnte ich da nur noch schnell anfangen Ah, was Ich klatsche dich weg und rede Tacheles Können wir? Nur meine Brille, nicht meine Show Wurde aufgesetzt Oh, das wollte ich nicht Ne, ich muss noch einmal Wenn ich hier dran komme Wo ist noch? Junge, tankt jetzt die scheiße Ich bin fertig Ach so, der war nicht voll, guck mal nice Also Jetzt haben wir voll so das Bandenkrieg, ey Ja, aber richtig Die Russen Die X-Po gegen Ich-Po gegen Zwergis Ich habe noch zwei, dich aufhör Wenn ich hier vorrum sprint Ja, das ist voll genug. Das ist so voll, dass das schon voll ist. Ja, beim Service-Star ist eh wieder leer. Aber kein. Ah, wir könnten ja mal die 21 Chirricans, die wir hier im Offroad haben, auffüllen. Toll. Wenn ihr mir alle hilft, dann schaffen wir das. Ja, dann fahr ich näher ran, ey. Ich hab nicht Bock, so ein Kilometer zu laufen. Das muss ich so machen, wie ich. So voll Quart. Was für Autos haben die jetzt eigentlich noch? Lame. Ja, Z. Ja. Die haben doch ein... Oh, was fährt hier? Wow! Komm mir vor meiner Schnauze. Oh, ich hab einen Chirrican gefunden. Wir haben ja nicht so viel oder so. 18 Stück. Till über 13 wieder. Aber safe dann die Karre, ja. Oh ja. Nicht das dann... Sind wieder alle leer. Warte, seid mal leise. Seid mal leise. Ich hör ein Auto. Auto. Einsteigen, einsteigen, einsteigen. Sofort. Auto. Wieso einsteigen? Äh, weiß nicht. Einfach ein Busch. Kurslosreaktion. Ich hab definitiv ein Auto gehört. Jetzt ist weg. Lass mal an die Scheune. Hörst doch auf. Max, hast du den Zelte durchgeguckt? Ja, warum? 80 Geräte? Ja? Ich hab eins rausgenommen. Keine Ahnung. Die fahren wahrscheinlich zu unserem Lager. Jetzt sind wir hinter denen. Nein, nein, nein. Ist ja nicht hinter denen. Die müssen hier vorbei. Lass fahren. Ohne Witz jetzt. Sehr warte. Wir haben genug getankt. Okay, wir fahren hier rum hinterher. Da steht er ganz gut. Hier alles zusammen. Warte noch kurz hier rum. Warte auf left. Okay, du hast klar. Kommt da drauf an, womit die fahren. Wenn die unser Moped gefunden haben, dann sind die natürlich schneller als wir. Schwer zu sagen, was das eben war. Ich hab so ein ziemlich helles Geräusch. Das schließt natürlich auf dem Moped. Allerdings müssten wir sie sehen. Ja. Er hat mich überholt. Locker flockig. Einer fehlt. Nein, nein, ich bin rechst du noch nicht. Ah. Wieso bist denn so abgebogen? Ich wollte, dass wir aufgeteilt sind. Ja. Formation und so. Ja. Jetzt können noch Wetten abgeschlossen werden für das Schaf da vorne. Es können noch Wetten abgeschlossen werden, ob wir das Leben schaffen zurück. Oh, oh, oh. Ist eine Kuh. Oh. Die Wetten sind ungültig. Es gibt Flecken. Leulich, ich hab sie geront, aber sie leben noch. Das gibt Flecken. Wie halt bei 45 km hochschaltet. Wie kann man nur. Arme Teil. Im fünften. Boah, schnell genug. Alle 55 hier. Miau. 50, wie das Teil zieht. Der Hammer. Warum fährst du so abgelegen, Lef? Ich hab' ne Ahnung. Ich bin, äh, durch den Wald halt anders. Du bist anders. Ja. Aber nur durch den Wald ist anders. Der war auch irgendwie den falschen Wegpunkt, hab ich das Gefühl. Oder, ist das falsch? Ich hab mir nicht so Mühe gegeben. Beim Setzen. Also, irgendwo dann geworden. Ja, bei mir fahren wir viel zu sehr links. Ne, wir fahren direkt noch zu. Sollen wir über R-field? Nein. Kann sein, dass die, wir müssen noch mehr rechts gefahren sind. Obwohl, eigentlich. Wie bei links, er fehlt gerade aus. Ja, komm bitte zu uns hier rum. Na, ich fahr schon. Aber er muss dann halt, ne? Dann, gehen wir mal von der Shift-Taste runter, left. Nicht erschaffen, nein! Okay. Von der Shift-Taste runter, ja. Bin schon. Bleib stehen, alles klar. Keine Lust mehr. Achtung, du ziehst jetzt vorbei, ne? Ich lass dir mal die Straße. Fuck! Was fachst du? Ja, ich wusste ja nicht, wo du hin willst. Ja, grad auch. Ey, wo fahrt ihr hin? Ja, ich fahr ja normal. Soll R-field vorbei, oder wie? Ja. Ja. Wenn wir jetzt auch drüber fahren, ist mir schon alles egal, aber... Ja. Ja. Gut. Ja. ач war daraus auch aber durch den zaum brechen warum nicht weiter rechts fahren ich habe mich voll darauf eingestellt ich habe das glaube ich ich muss mich immer einfädeln sorry hey was fährst du zu behindert sicherheitsabstand fuck anhalten er fährt einfach durch die engste lücke über also nicht weil das eine größere gibt nebendran vor allem war max hinterher und wenn ich höre fuck dann fahre ich einen anderen weg schau in deutsch mussten wir nur lesen thema wechsel in englisch mussten wir habe ich nicht genau hier 80 dann lasst mich auch mal ja wie das teil übertreibt ob es auch 80 was war das denn wo bin ich hingegen gefahren hier ist ja gar nichts und ach doch eine mauer wohin wo schmack ach das waren stein weiterfahren ja ich habe irgendwas überfahren über ski art bei jetzt genau auf dem wegpunkt so vielleicht nicht so wie das angeknackst aber ist noch gar nicht jagen steig kurz aus na ich probier's mal Es freut echt nicht zu gehen. Bei dem hier funktioniert das einfach nicht. Komisch. Bonnischen Zaun. Noch immer Platz. Ich glaube ich fahre so schnell wie ich in Tobacco war. Wir hätten eiskalt die ganzen Zelte am Arsch machen müssen. Stimmt. Scheiße, dass wir daran nicht gedacht haben. Die Sackbombe. Von Fegeira. Überall hin, so ungefähr abschätzen, was sie da sein könnten und zünden. Ja, kann man ja nur aus 300m entfernt und zünden. Reicht doch. Stimmt. Timer stellen. Oder so. 40 Minuten. Pass auf die Bäume neuerdings auch. Die so tiefe Äste haben. Oh ja. Wichtig. Weil ich feiere den Großen. Ich habe ja schon einiges erlebt. Ja. Oh ja. Also ich glaube da vorne ist für mich dann Endstation. Obwohl, eine halbe Stunde will ich schon noch gerne machen. Ja, ich gucke ein paar Videos und sowieso, wenn das abgeht. Ja, wir müssen halt auch mal gucken, wo wir die jetzt hinstellen, ne? Ähm. Hier. Wir halten an. Genau, jetzt. Mitten aufm Weg. In Davids Castle. Ich wäre ja. In Davids Castle. WTF. Hauptsache vor mir steht Burg. Ich bin fast dagegen gefahren. Naja, nicht wirklich aber. Ich habe zum ersten Mal Unfall gemacht, Leute. Schlecht. Ich nicht. Du meinst nicht zum ersten Mal. Das sind Zombies. Vielleicht liegt es daran, dass ich gerade ausgestiegen bin. Mysteriös. Mysteriös. Nein, Mr. Gamecraft, oder? Alter. Hast du den Skill gesehen? Nee. Dann guck halt mal her, wenn ich fahre. Das ist eh viel wichtiger. Ja, als die Bäume vor mir. Ja, wenn ich fahre, ist das was anderes. You what I mean? Alter, ich muss das irgendwo den Tuch laden, damit die so auf mich drauf geholzt haben. Das sah so geil aus. Glaub ich. Da ist halt eine Tanne, ja? Nur eine Tanne. Und die haut einfach alles drauf. Ohne Witz. Ich wusste gar nicht, dass das auffällt. Da habe ich gefühlt wie Gott und so. Scheiße, wir hätten nicht die Zelte kaputt machen sollen, jetzt könnten sie sich wieder neue Ausrüstung schnappen. Mh. Du musst mal das mit den Nachtsichtgeräten. Wird das in voll gewesen. Dann hätten wir jetzt erstmal Ruhe. Ja. Ja, aber wollen wir das? Ist die Frage. Du mal bis 23 Uhr kannst dann ja. Ja. Egal, morgen gibt es wieder Krieg. Ja, morgen sind die Autos nicht wieder weg. LOL. Ich habe Schock. Äh, dann stellt man schnell aus. Dann hatte ich auch schon. Autorisch explodiert. Oh, ich sehe es. Ach, Serum. Das Ding hat aber wieder so einen Bug. Du hast ja ständig knaxen gehört. Er hat sich erwischt, oder? Ja. Also, Serum noch nicht, oder? Lebst du noch? Äh, locker. Ach so. Ich bin ja jetzt geübt. Mag mich wer mitnehmen? Nö. Ja, warte, ich drehe um. Brauch nicht umdrehen. Würde ich fördere weiter. Ich gebe Shit auf hier. Wie gesagt, brauch nicht umdrehen. Ich habe jetzt hier vor den Abhang. Das ist ein bisschen gefährlich. Ich auch, aber zu Fuß. Das ist sicher. Jetzt kommt das ins Roll. Rennt so los. Kann ich verlenken und knallt so voll in den Baum. Gnasenbein ins Kiel gerammt. Scheiße, ne. Lass das weg. Von Nichi? Ja, in sieben Tagen. Echt? Ja. Ich weiß ja, ob sie das geändert haben. Aber damals stand sieben Tage Respawn Zeit. Ja, wenn der Server nicht restartet. Egal, die sammeln ja eh alle Autos da. Stimmt. Morgen haben die Oral, ey. Dann ist aber nimmer lustig. Der Oral ist einzig und allein unser auf dem Server. Der gehört echt uns. Der hat noch nie jemand anderes gehabt. Lässt mich schon beim Lager? Nö, ist noch der Hügel da. Glaube ich. Da ist ein Baum. Alter, pass auf. Alter, hier schweilt. Pass auf. Ja, ich fahre da noch mal, Mann. Alter. Alter, hier ist Boden. Alter, pass auf. Da ist ein Baum mindestens 100 Meter vor. Gut, dass du es sagst. Trage ich meinen Terminkalender ein. Hatschimte, Hatschimte. Ja. Okay. Ich würde sagen, wir fahren hinter unser Lager und dann dahin, wo wir das Zelt in der Grube gefunden haben. Das war ja eigentlich ein ganz netter Ort. Genau, da wo ein fremdes Zelt steht, da stellen wir unsere Autos hin. Ja, da auf dem Hügel links davon. Der Typ spielt ja ja nicht mehr aktiv. Naja, wer weiß. Der wurde gerapeet und jetzt ist er... Ja, ach, steht. Wie viel fahren wir? 21. Gute 22. Hier werden laufen. Da läuft jemand. Bist du ausgestiegen? Mann! Ja, finde ich so ein scheiß Schrecken. Der glaubst du, ich würde dir hinterher laufen. Bei 500 Metern und wenn die drei noch da sind, da kann ich ja mal laufen. Ja, der letzte ist ja schon längst da, oder? Nein. Der ist hinter uns. Der ist hinter uns. Der ist hinter uns. Rechts hinter uns. Wollen wir uns denn über... Ja, gerade eben als ich das Ding gegen die Wand gefahren hab. Hä? Rechts hinter euch bin ich. Normalerweise. Ne, Mann. Ich habe jetzt nur gerade ein Problem, weil ich keine Ahnung hab, wo ich bin. Äh... Oh. Dezent falsch gefahren. Ja, das kommt davon, wenn man so vier Kilometer Radius macht im Lager. Ich darf gerade ganz nach rechts. Ich würde in die Schneise rein snipen können. Ich fahr dir hinterher. Ja. Die wollen sich von der Pro rächen. Die Lutscher. Ja. Aber... Da klatschten sie weg. Und reden tachenlos. Vielleicht. Wir haben sich schon mal... Ich muss mich rächen, tut mir leid, ja. Ich bin draufgegangen, das geht gar nicht. Aber es eigentlich war es ja nur eure Schuld. Wieso? Weil es so spät kommt. Dann war es ja schon. Wieso? Weil es so viele Unfälle gemacht hast. War nicht. Gar nicht. Mano. Aua. Da sind Laster in die Luftgeheer. Ich habe mal andere Sachen. Ich habe mal andere Sachen. Weil ich den benutze ich hier nicht zum rumfahren. Wer benutzt schon ein Aschta ohne Witz. Da war halt lustiges Zeug drin. Alter, ich höre ein Auto. Das bin die. Ja, ich vielleicht. Genie. Ist das Auto ausgegangen? Das war ich. Lass das mal aus. Ja, ich fahr. Nein, ich fahr das. Ja, ich fahr auch. Bin doch im Lager, Alter. Das interessiert keinen. Ach so. Doch. Ich höre dich. Interessiert doch jemanden. Ja gut, dann kann ich auch fahren. Ja. Ja, wohin? In Schlager. Alles klar. Ja, da bin ich schon. Engine of Map. Unten fährt eine Karre. Welche? Deine, Maxa. Ja. So ein Militärcheap. Ja. Ich wäre für... Kurze Aufnahmepause. Ähm.